Musik Manche Dinge geschehen einfach. Oh Mann, nicht schon wieder! Und dann ist es an der Zeit aktiv zu werden mit Avira Free Android Security. Und wenn deine Freundin zu neugierig werden sollte, kannst du mit nur einem Klick deine privaten Informationen schützen. Und die Person, die dein Handy findet, wird zum Helden. Jetzt, da es dir gut geht, sind wir auch glücklich. Aber schon morgen ist ein neuer Tag und da können ganz andere Sachen passieren. Also, mach dich bereit, hol dir Avira Free Android Security.